Hallo und willkommen zurück, meine Damen und Herren, ich bin euer Bodo und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Wir haben die Weltausstellung getrautet und gleichzeitig die Nile über App Edition. Vielleicht können sich die zwei ja gegenseitig helfen. Außerdem werden wir wahrscheinlich anfangen, den Zeppelin zu erforschen, was weiß ich. Wobei, bis wir die Grand Exhibition starten, es gibt ja nämlich ein nettes Ships of the Air. Ich habe gerade vorhin in der Pause angeschaut, dass es sechs Jahre dauert. Ich meine, ich weiß nicht, ob da einbezogen ist, dass wir einen 15%igen Bonus kriegen. Naja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe nun nicht den blassesten. So, wir haben hier drei Dinge. Ah, da ist ja noch was. Bist du irre? Was ist das? Danzig und das amerikale Danzig. Die Bauernrevolte. Das ist nur auf keinen Fall möglich. Bauernrevolte klingt nicht wie die Bauern für Cabin-Aryan. Ach, die deutsche Bauern sind alles wirklich. Oh, die Bauern wollen die konservative Erklärer. Schauen wir mal, ob sie uns in den Krieg reinholen. Weil die anderen haben die Skandinavia. Ja, die haben uns nicht geholt in ihren Krieg. Aber gut, da gewinnt eh die richtige Seite. Die haben 19. Das sollten die Radikalen ja wohl schaffen. Die Radikalen sind die Reaktionieren. In dem Fall. Das kann die Varia erbinden der Support-Vertage. Ey, das ist ja cool. Wie finden sie Russen jetzt auf ihrer Seite? Tanzig ist ein Obligation für die Reaktion in der Diplomatik-Plane. Hm. Hier haben wir die anderen eigentlich. Soll ich die Kleinen? Ich weiß nicht wie das heißt. so werden wir mobilisieren die hier geht auf und passt an unexpected guest also yeah uh as the expedition encounters a group of suspicious traders one of them main claims to be a barbie ambassador kidnapped by these mercenaries you need to get and to safety baden gibt den löffel also meiner progress diesmal keine politik ja es ging auch nur um baden und nicht ja Schaut so aus. Oh, mal sehen. Oh, die Revolutionärer haben ja gar keine Macht. Das ist ja tragisch. Das bringt ihnen nichts guter zu sein, wenn sie zu schwach sind. Sachsen-Meiningen. Sachsen-Guter. Sachsen-Meiningen, konservativ. Sachsen-Meiningen-Balance-of-Power. Sachsen-Meiningen-Balance-of-Power. Grundsätzlich ist es mir egal, wer von euch beiden gewinnt. Ich mache mit dem, mit dem was zahlt. Not a Mini-Revon. Bad News. Bad News. When reaching one of the enclaves, and that was waiting for Nepomnik, stating that his fiancée back in Austria has married another man. Let the man mourn. He'll find another one. Wir können uns nicht um alles kümmern, Mann. Wir können nicht noch mal warten. The expedition is in great danger. Praktisch unmöglich. Im Spiegel ist es einfach. Ich glaube, oder? Hm. Kommen wir also wirklich zum Kampf. Jetzt kann ich mir nicht hier ernst sein. Ich glaube, ich habe es nicht mehr. Okay, ich will kurz auf die... was ja okay das sollte jetzt los sein oder ja hat das tatsächlich gewonnen also kommt es sich werden das ist ja wurscht was wir jetzt machen weil ich schulern dieses schiebt ja ja alles weg die sind vorhin gerne ein wenig was sicher wurscht ok das war schnell und einfach ja ja hart Vielen Dank. Das sind eigentlich die Steuern, die das sind. Wir machen ja plus 50.000. Ich kann meine Weile so lassen. Ja, ab und ab und ab und ab und ab und ab und ab. seitdem noch in unserem aber sie immer sind wir hatten in unserem markt gelb doch bis jetzt schon was an etwas von dem markt das ist ein kastler was ist passiert warum sind eigentlich nur 26 ich weiß ich wieso sind ja wieso nicht sonst sind wo sind die ausgerüstet 30.000 630.000 die werden es ja wohl irgendwie schaffen um Soldaten zu werden werden es ja wohl irgendwie schaffen um Soldaten zu werden da haben sie es ja auch geschafft zu Labors zu werden da schon Maschinisten, Arbeiter Ingenieure alles da aber da nicht hm hm was ist denn das radikales Hohlstein ich muss schon wieder helfen wegen dem blöden Schuss mit Skandinavien ich muss langsam aufhören grrr jay ganz sicher klopuliert so so Und schon mögen sie uns. Passt. Wieder einer, der uns mehr mag. Okay, dann machen wir vielleicht was anderes. Es gibt noch andere Decisions, die wir machen können. Wir könnten Service Skyscraper machen zum Beispiel. Machen wir halt da. Das kostet aber viel Bürokratie. Zwei Jahre lang. Na gut, folgendes. So, nee. Machen wir noch einen General. In Polen. Ein Katholik. Combat traditionalist. Expend. Skard. Textful. Und wir promoten ihn gleich mal. Dass er alle leiden kann. Gut. Mal das erste. Zweitens. Zo. Zweitens. Machen wir das wiederholen. Lach. Verlangen wir mal uns hier. Er sollen ihm noch mehr wegnehmen. Oh, da haben wir noch keine. da gibt es nicht keine leute unterarbeiten können naja österreich wenn ich kriege auf jeden fall noch eine zweite sogar und stehen wieso nicht die haben noch gar keine fast so wie können wir dann geben So, dann machen wir folgendes, ähm, wir werden einen von den Brees aufgenommen. Das dauert wenigstens wieder genug, wenn wir schon von den anderen einen Mangel haben. Mutual Funds, wir können Public Training führen. Das gibt uns mehr Kapitalisten und weniger Aristokraten, offensichtlich. In diesen Dingen, wenn ich das einführen will, ist man mühsam. Das dauert. Das dauert. Oh, wir wollen nur die. Komm, schau mal, was passiert. Du musst weniger Geld plötzlich verdienen. es gibt hat von pauli wo hast du general eigentlich wurscht auf germany aristokraten hat er so viel stärker noch dazu es wurscht du bist schon recht alt geld ich will dich befördern das rauf geht ist es ja noch schlimmer na gut leicht herrschaften sollten wir das da mal in dann und 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 das minus 2 prozent das ist natürlich nicht aber ok beruhigt und gewinnen wir erforschen bringen unsere tochter aus die kommunistische partei gründet aber wer hat die kommunistische partei gegründet ich frage mich gerade ich frage mich gerade warum die restauraten immer mehr macht verlieren also wir haben hier verschiedene bewegungen aber die sind alle relativ wenig radikal eigentlich ich da gibt es zum beispiel die rural folk hätte gerne presidential republic das ist noch am schlimmsten aber selbst das ist noch relativ relativ haben die elected bureaucrat hätte ich auch ganz gern muss ich ehrlich zugeben 43 42 4 wow ok 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 was bringt das braucht mehr munition das ist jetzt nicht mehr offensiv und weniger defensive recht so wie ist es noch so schnell als sechs jahre wir könnten natürlich auch wieder ein paar universitäten die sind immerhin das schließe norddeutsch die sind nicht so unglücklich